Hallo Leute, weiter geht's bei den ersten offenen südwestdeutschen Meisterschaften mit den weiblichen Junioren. In der Klasse bis 54 Kilogramm sind für den Tepo Alzey Angelic Merck an und für den ASC in Jürnberg Valentina Tazzi. Wir wünschen euch viel Spaß, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und abonniert unseren Kanal. Euer Team und Partner der Vereine. Wunder 1. Hochschule! Hochschule! Das war's. Ich muss jetzt mal dein Leben in dieinguém. Komm jetzt! Nimm nicht mehr! Komm jetzt. Komm jetzt! Nimm mich noch nicht mehr. vised. Du kannst'n nicht mehr. Halt komm! Komm schon. BSEIMAL! Sonst war es. Wie heißt das? Nimm dich nicht mehr. Hör zu. Ja, was ist? Jesus, nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020